Das sind die Jüngsten dieses Jahrgangs, geboren am 21. Mai. Heute sind wir der 13. Juli, die werden also in einer Woche zwei Monate alt. Die sind eben entwöhnt worden, die sind jetzt alt genug, um selber zu leben. Die Mutter hatte viel Milch, wie man sieht. Bis zur Ausstellung im Januar werden die vielleicht nicht gross genug, aber vielleicht verkaufe ich was oder gibt es einen Weihnachtsbraten und vielleicht die zwei schönsten behalte ich. Aber die sind sehr süß und ich bin glücklich über sie.